Ja, hallo Leute! Ich hab's endlich geschafft! Ich habe 100 Abonnenten! Ja, ich hab lange hin und her überlegt, was ich euch denn dann als Special bringen könnte. Und, ähm, ja... Ich denk mir irgendwie was, ähm... Interaktives lohnt sich noch nicht so richtig. Weil, ähm... Ja, dafür müssten ja wirklich dann praktisch alle mitmachen momentan. Das spare ich mir für später auf. Das hat ja auch bisher nie so geklappt, wenn ich was Interaktives angeboten habe. Und darum hab ich mir gedacht, okay, als 100 Abonnenten Special bring ich einfach die erste Folge zum Spiel, das ihr schon im Hintergrund seht. Sprich, ähm, heute oder morgen wird die erste Folge zu Watch Dogs kommen. Ich freu mich extrem drauf, es ist ein extrem geiles Spiel. Und, ähm, ja... Also, wir sehen uns dann. Bis dann!